Der Hungerwinter 1946-47 still ereignete sich zwischen November 1946 und März 1947. Es war einer der kältesten Winter in Deutschland seit Jahrzehnten und gilt als strengster Winter des 20. Jahrhunderts im Nordseeraum. Ablauf In seiner Silvesterpredigt rechtfertigte der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings Mundraub für den Eigenbedarf das Organisieren von Nahrung und Kohle wird daraufhin auch Fringsen genannt. Anfang Januar 1947 brach eine Kältewelle über Westeuropa herein. Ab dem 21. Januar 1947 traf die Kältewelle auch Großbritannien. Kälte und Schneefälle beeinträchtigten das öffentliche Leben. Es kam zu Stromrationierungen, weil Kohlekraftwerke zu wenig Kohle hatten. Ab dem 10. und 11. März ließ die Kälte nach. Im Zuge des Tauwetters kam es zu Hochwassern und Überschwemmungen. Zum Beispiel traten in Ostengland die Flüsse Waffee, der Wendär und aus über die Ufer und überfluteten große Teile von South Yorkshire. Die Lebensmittelversorgung brach vielerorts zusammen, vor allem in den städtischen Ballungszentren. Die Lebensmittelkrise hatte schon Anfang 1946 begonnen. In Deutschland starben nach Schätzungen von Historikern mehrere hunderttausend Menschen, etwa zeitgleich starben in der Sowjetunion während der Jahre von 1946 bis 1948 zwei Millionen Menschen an den Folgen des Hungers und extremer Wetterbedingungen. Filme Anja Riediger, Heike Römer-Menschel, Wollt ihr wieder Krieg? Der Hungerwinter überleben im zerbombten Deutschland. ARD 2007 Jahrhundert 2007 . Willkommen in Wollt ihr wieder? Willkommen mit Wollt ihr wieder? Das mile Spielstlic, den wir auf dem Netz gekommen sind. Chris Erstmann etwa drei Tage parcell haben die Mongal quêverlust acid. aben aus Archives потомsexagonal.